Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video für mich und zwar heute geht es um das Dragon Ball Super Card Game digitale Version. Was soll das heißen? Ihr kennt alle das Pokémon Sammelkartenspiel und in jedem Booster vom Pokémon Sammelkartenspiel ist ein Code drin für einen Online Booster für das Online Sammelkartenspiel. Was sie ja ziemlich verschissen haben, denn das neue Spiel ist seit über einem Jahr noch immer nicht draußen. So oder so, es gibt also vom normalen Kartenspiel eine Online Version. Das Ganze gibt es auch so ähnlich vom Super Dragon Ball Heroes Card Game in Japan auf der Nintendo Switch. Auch sehr geil und jetzt dieses Jahr 2023 kommt das Dragon Ball Super Kartenspiel auf den PC, wahrscheinlich auch Switch und so weiter und so weiter und das ist mega geil. Das heißt, ich kann nicht nur, wie auf meinem anderen YouTube Kanal, Rabbids Openings, echte Sammelkarten in der Hand haben und da mitspielen, sondern ich kann das Ganze auch online machen und da habe ich mega Bock drauf. Da werden wir auf jeden Fall richtig hier auf meinem Kanal hart reinsuchten. Ich habe schon so Lust drauf. Ich meine, guckt euch an wie die Karten hier. Oh, wunderschön. Ich kenne die Karten. Ich kenne alle Karten. Und ich weiß dann ganz genau, oh mein Gott, die habe ich auch im Real Life und die darf ich jetzt auch in Game spielen. Wie geil ist das denn? Diese Lieder wird, wie ihr seht, gerade digitalisiert in das Spiel eingeführt und es ist einfach nur arschgeil. Wir haben hier ein Kampffeld, wie wir es kennen von Magic the Gathering, von eben, wie gesagt, Pokémon und so weiter. Wir haben hier unsere Lieder, die animiert sind. Wunderbar, richtig geiler Scheiß. Wie gesagt, diese Lieder gibt es halt auch in echt. Das Ganze jetzt auch in der digitalen Welt ist für mich einfach der Oberhammer. Mal gucken, das ist ein wunderschöner Begeta an. Diese Karte, die kenne ich, die habe ich, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Ist übrigens auch Set Nummer 1. Und du kannst dann diesen Lieder hier also erwecken. Das ist so ein geiles Prinzip. Auch deine Karten, ihr seht es hier, angreifen, Generengreifen. Oh mein Gott, ich habe so Bock auf das Game. Allein, oh mein Gott, hat der eine große Starthand, ne? Hat der eine große Hand. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Karten auf der Hand haben darf. Aber ich habe das Dragon Ball Super Card Game auch noch nie im echten Leben gespielt. Ich sammle nur, ne? Also ich habe hier tausende Dragon Ball Karten hier, aber ich spiele nicht damit. Warum? Ich habe keine Ahnung, wo hier ich in der Nähe dieses Spiel spielen soll. Es gibt hier in der Nähe nix. Und jetzt kann ich das Ganze wenigstens mal online spielen, online lernen. Und dann könnte ich auch, wenn ich mal Lust habe, in eine größere Stadt in der Nähe fahren. Mit meinem Deck, mit meinen Karten, die, wie gesagt, ich ja besitze. Und dort vielleicht mal richtig hart reinhauen, Turnier gewinnen und was, weiß ich. Aber allein das Ganze online ist schon geil. Also ihr seht, das Schlachtfeld hier, die Lieder, Lebenspunkte. Man hat natürlich hinter meiner Kamera eine Main Phase, eine Attack Phase und so weiter und so weiter. Und eine Energie. Oh Gott, ich habe so Bock auf das. Ich glaube, das wird mein, vielleicht, Spiel des Jahres. Denn wir hatten ja schon öfter sowas ähnliches. In Dragon Ball Xenoverse 2 zum Beispiel, da gibt es das Heldenkolosseum. Da kannst du mit Figuren gegen andere Gegner kämpfen. Ist also so ähnlich wie das Kartenspiel. Dann gab es ja noch das Super Dragon Ball Heroes Card Game. Wie gesagt, auf der Switch haben wir auch gespielt hier auf meinem Kanal. Könnt ihr euch gerne angucken. Dann gab es sowas ähnliches in Dragon Ball Z Kakarot. Da gab es ja auch so ein Kartenspiel. War jetzt aber nicht so geil und nicht so beliebt. Haben dann die nicht mehr, also wird nicht mehr richtig supported, das Ganze. Und jetzt halt mit dem Ganzen und das Ganze bestimmt auch Free-to-Play. Ich habe noch keine Ahnung, wie man da Karten kaufen kann, Karten bekommen kann. Aber ihr seht schon, allein, dass hier diese Super-Rare-Karten auch die Gold-Effekte in-game haben, finde ich einfach nur mega geil. Bäm, zack. Also ganz ehrlich, das sieht geil aus. Karten tappen, damit angreifen. Oh, ich habe so Bock drauf, den ganzen Scheiß zu machen. Ich habe so Lust, das ganze Spiel zu lernen. Ihr seht auch oben immer hier, links oben, die Attacken-Fähigkeiten. Dies, das, anders. Wird das Spiel auch auf Deutsch kommen? Weiß ich nicht. Aber allein sieht es geil aus, wenn man den Gegner angreift, oder? Bram. Schön kann man mir Haar reinhauen. Also echt, ich habe einfach Lust drauf. Oder ja, genau hier. Guckt euch mal den Leader Broly an. Broly ist ja zuerst normal und dann wird Awakened. Und jetzt guckt man an, wie groß dieser Broly in der Awakened-Form ist. Also, einfach geil. Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, das Spiel wird so hart reinschallern. Wie sie das Ganze mit diesen ganzen Karten eben machen, wie man die zieht, wie man die bekommt, ist noch eine Frage, die ich auch nicht verstehe. Aber hier sehen wir gerade zum Beispiel das Deck bauen. Die ganzen Karten zur Auswahl. Rechts oben den Leader auswählen. Den kenne ich auch. Und jetzt sieht man auch nochmal links den Leader. Also, da kannst du ordentlich was machen. Und dann hier. All cards make a copy steht links oben. Das heißt, vielleicht kann man das Ganze sich irgendwie craften. Und so die Karten erstellen. Und man sieht auch, wie viele man davon hat. 20, 20. Der hat echt viele Karten, jeweils davon. Aber allein, wie gesagt, diese Animationen hauen mich komplett um. Also, ich bin jetzt schon sehr bereit darauf, das Spiel zu lernen. Und super realistisch schreiben sie. Geile Effekte schreiben sie. Und da muss ich einfach nur sagen, ja. Einfach nur ja. Sie machen das so gut. Und Leute, und zwar. Ah, ich suche es gerade. Genau. März 25. und 26. Diesen Jahres ist eine Closed Beta. Ich habe noch keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ich werde auch versuchen, natürlich da reinzukommen, dass wir Ende des Monats das Spiel schon ein bisschen spielen können. Wenn aber eine Closed Beta kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch eine Open Beta kommt. Das heißt, irgendwann im Laufe des Jahres, wahrscheinlich Frühling, Sommer, werden wir, denke ich, ist nur eine Mutmaßung von mir, alle Free-to-Player-Spiel mal ausprobieren können. Aber ich bin so im Hype drauf, Leute. Also, wie gesagt, vor allem, wenn man so wie ich halt eben diese tausenden Summer-Karten im echten Leben hat und sich dann, wie soll man sagen, stelle ich mal vor, ich baue mir jetzt im Online-Spiel, in der digitalen Version, ein Deck, mit dem ich komplett durchrasiere. Dann gehe ich zu meinem Schrank, hole mir die Karten raus und baue mir das Deck im echten Leben nach und kann dann, wie gesagt, eben auf ein Turnier fahren oder so. Das ist einfach nur eine geile Sache. Das ist, ich denke, dass das Online-Spiel hoffentlich auch das Sammelkarten-Spiel, also im echten Leben, das Sammelkarten-Spiel sehr anreizen wird, dass Leute dann vielleicht noch mehr einsteigen. Vielleicht ist dann auch in meiner Nähe, nähere Nähe, auch sowas wie so Turniere und so weiter, dass ich auch mal was spielen kann. Und es wäre halt einfach geil. Wie gesagt, es ist einfach geil. Und wenn ihr die Karten übrigens mal sehen wollt, wie die in echt aussehen, könnt ihr das gerne tun, wie schon gesagt, auf meinem zweiten Kanal Rabbids Openings, Link in der Videobeschreibung. Da habe ich bisher alle Displays, alle Boosterboxen, die es jemals gab, geöffnet. Auch hier auf dem Kanal, damals sogar schon vor Ewigkeiten. Könnt ihr euch angucken, in Playlists und so weiter, dann seht ihr das Ganze mal. Ich bin einfach nur im Hype drauf, Leute. Ich bin einfach nur im Hype drauf. Und genau, auf der offiziellen Webseite, Dragon Ball Super Card Game, sollten mehr Details stehen. Das werde ich mir noch angucken, wie das Ganze ablaufen wird. Und ja, ich habe einfach gar Bock drauf, Leute. Das Ganze auch natürlich von Bandai, das Ganze ist von Toei Animation, das ist alles offiziell. Und allein das Bild hier, oder? Ist das nicht eine Arschgeile Nummer? Ey, ich bin sowas von bereit dafür. Ich bin sowas von bereit dafür, das Spiel zu spielen. Bin auch so gespannt, was sagst du dazu? Hau mal deine Meinung in die Kommentare jetzt. Ah, hast du Bock auf das Game digital? Oder bist du eher so der echte Real-Life-Spieler gegen andere Menschen draußen, im echten Leben? Oder sagst du, boah, weiß nicht, vielleicht überzeugt mich das eine fürs andere hin, her, dies, das, anders. Bin sehr gespannt, was, bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin auf jeden Fall vollkommen bereit. Ich will ein Opening machen. Ich will ein Deck bauen. Ich will der allerbeste Zeit, wie keiner vor mir war. Und vielleicht werden wir das auch gemeinsam noch dieses Jahr. Lasst uns mal ein kostenloses Abo da, um unsere Reise hier nicht zu verpassen. Bruder, Schwester, Faust geht raus, euch alle, die hier zugucken, danke dafür, auch die Kanalmitglieder sind. Vielen Dank. Holy kaufen und so weiter. Alles in der Videobeschreibung. Vielen Dank für alles. Jetzt bin ich gespannt, eure Kommentare zu lesen. Haut rein. Hype ist da. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.